Ja, Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ich übertreibe nicht, du übertreibst. Das sind Allas Gesetze. Was für Gesetze ist mir? Scheißegal, Schwachsinn. Wie geht's hin, Mann? Wie geht's hin, Mann? Wie geht's hin, Mann? Kaffa wärmisch, göswärmisch, kulakwärmisch. Nassu! Nassu! Ich hab Mist gebaut. Schawanda, ich hab mit meiner Frau gestritten. Ich hab übertrieben, hab mich nicht unter Kontrolle gehabt. Und im Streit hab ich Ad Talak gesagt. Scheidung. Nach echtem islamischem Recht ist nach dreimal sagen vorbei. Bitte, wenn du da noch deine Frau anfasst, Allah korusun, das ist Zina. Herr do konusunus, Herr yatmanus, annen gibi haramu. Wenn du da noch deine Frau anfasst, wirst du da noch bei mir. Alles in Ordnung. Und das ist eine gute Frau. Vielen Dank.